Mein Name ist Maurice Bauer, ich mache eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Richard Wolff in Knittlingen. Richard Wolff ist ein Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz in Knittlingen. Weltweit arbeiten über 1500 Mitarbeiter für die Richard-Wolf-Gruppe. Unsere Produkte kommen, um nur einige zu nennen, in den unterschiedlichsten medizinischen Bereichen wie der Urologie, Gynäkologie, Chirurgie oder Wirbelsäulenschirurgie zum Einsatz. Während meiner dreijährigen Ausbildung durchlaufe ich ca. 10 Abteilungen. Diese können beispielsweise im Vertrieb, Einkauf oder Marketing sein. Auch in der Buchhaltung, in der Personalabteilung oder im Service. Als einer der größten und als 1A ausgezeichnete Ausbildungsbetriebe der IHK Nordschwarzwald stehen wir für umfassende, praxisnahe Ausbildungsmöglichkeiten mit Zukunftsperspektive. Unsere Azubis zählen jährlich zu den Besten in der Region. Habe ich dein Interesse geweckt? Dann komm am 13. Juli zu unserem Ausbildungstag. Wir freuen uns auf dich!